Für mich sind die Grünen die heuchlerischste, abgehobenste, verlogenste, inkompetenteste und gemessen an dem Schaden, den sie verursachen, derzeit auch die gefährlichste Partei, die wir aktuell im Bundestag haben. Mittlerweile sind die Grünen richtige Waffennarren geworden, die sich gar nicht mehr einkriegen können, vor Begeisterung in das Kriegsgebiet der Ukraine immer mehr und immer tödlicheres Kriegsgerät zu liefern. Hören wir da mal rein. Ich bin davon überzeugt, dass wir mehr Waffen liefern müssen, dass wir schneller werden müssen. Die Zeit der Zögerlichkeit ist vorbei. Wenn die Ukraine Panzer brauchen, wir welche liefern können, dann sollten wir das tun. Deutsche Panzer, klar, unbedingt, jederzeit, dass selbst die Amerikaner, die die Ukraine immerhin bis zu den Zähnen hochrüsten, bisher keine Panzer moderner westlicher Bauart liefern und auch sonst kein einziger Verbündeter das bisher tut. Geschenkt liegt wahrscheinlich nur daran, dass den anderen Ländern solche großartigen grünen Friedensaktivisten in der Regierung fehlen, dass Parteien nach der Wahl das Gegenteil von dem tun, was sie vor der Wahl versprochen haben. Ja, das ist nichts Neues. Das sind nicht nur die Grünen. Aber so heftig wie die Grünen hat es selten eine Partei getrieben. Waffenlieferungen in Kriegsgebiete, Wiederanwerfen der Kohlekraftwerke, selbst solcher, bei denen alle Umweltschutzstandards, die dabei durchfallen, Großeinkauf von Freckinggas, Aufschub des Atomausstiegs, Verlängerung der Transportwege, vor allem für Rohstoffe mit viel CO2-Ausstoß durch dreckige Tanker, Waffendeals mit und Bücklinge vor islamistischen Kopfabdiktaturen und so weiter und so fort. Und das alles dann immer noch mit der Geste des hochmoralischen Weltverbesserers. Also das muss man erstmal bringen. Ein Wahlversprechen allerdings, das muss man die Grünen lassen. Das haben sie eingehalten. Erlebe dein grünes Wirtschaftswunder. Das hatten sie groß auf die Plakate geschrieben. Naja, das erleben wir tatsächlich gerade. Und ich muss sagen, man kommt aus dem Staunen echt nicht mehr heraus. auf der Geste des hochmoralischen Weltverbesseren.